Da sind noch einige Gefühle mit im Spiel Diana C.V.I.J.E.T.E.G. 28 und Marcellino Kremers galten als das Traumpaar, nachdem sie sich bei Kampf der Reality-Stars 2020 kennen und lieben gelernt hatten Sie posteten fleißig Bilder und ließen ihre Fans stets an der Liebe teilhaben, bis Marcellino plötzlich im Netz untertauchte Was viele vermuteten, wurde plötzlich Wirklichkeit, das Paar hat sich getrennt Doch noch ist nicht alles abgehakt Diana ist von Marcellinos Verhalten nach der Trennung maßlos enttäuscht In ihrem Trennungstatement verrät Diana, dass ihn mehrere Fans mit einer anderen gesichtet hätten Auf Instagram brach die einstige Love Island Teilnehmerin daher jetzt in Tränen aus Sie können nicht verstehen, dass er sich so früh schon öffentlich mit einer anderen zeigt Ich finde sowas einfach komplett rücksichtslos Ich kann verstehen, wenn man eine Frau braucht, aber dann soll man das auch richtig machen Aber nicht an einem Ort, an dem einen jeder sieht Arm in Arm auf Mallorca zu laufen, alleine zum Strand zu gehen und weiß Gott was Von Marcellinos Romanian ist, beschrieb sie äußerst aufgewühlt Abgleich sie von Marcellinos Verhalten enttäuscht ist, ihre Story beendete sie mit den Worten, das Allerwichtigste für mich ist, dass ihr ihn weiterhin supportet und dass er weiterhin zu ihm steht Er ist wirklich ein unglaublich toller Mensch und ich bin unfassbar dankbar für die letzten zwei Jahre. Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an, tipps at promiflash. D D